Wir gucken uns jetzt von Celtics, ich glaub da wird's ausgesprochen, welche Influencer-Modemarke schlecht sind. Ich bin gespannt, welche Influencer-Marke er für schlecht hält. Wenn ein YouTuber, Streamer oder eine anderweitig im Internet präsente Person einen Hype erfährt, sieht man es häufig, dass sich die Person ein zweites Standbein aufbaut. Eine Hypephase kann schnell vorbei sein, weshalb es wichtig ist, sich finanziell abzusichern. Außerdem ergreifen viele die einzigartige Möglichkeit, sich kreativ zu verwirklichen. Eine solche Möglichkeit eines zweiten Standbeins und des kreativen Auslebens ist schon seit längerer Zeit das Hochziehen einer eigenen Modemarke. Mehrere Personen des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Inscope21, haben sich vor einiger Zeit dafür entschieden. Ich habe mich gefragt, steckt hinter solchen Labels, die häufig zu großen Teilen über den jeweiligen Influencer vermarktet wird, eine qualitativ hochwertige Produktpalette und ein kundenfreundliches Unternehmen mit viel Herzblut? Oder wird beim Kauf eines Produktes offensichtlich, dass sich bei dem Unternehmen nicht viel Mühe gegeben wurde und man lediglich die Bekanntheit des Gesichtes dahinter ausnutzen möchte? Kurze Frage, ne? Ist das ein Quick Money Grab oder ist das wirklich Passion und auch wenn es nicht die absolute Passion für manche ist? So kann ich auch nachvollziehen, dass der ein oder andere vielleicht auch das ein bisschen als Money Grab sieht, aber trotzdem ein Interessens-, also dass Mode auf jeden Fall auch ein Teil seines Interessensgebietes ist. Das sehe ich so bei, jetzt wenn ich einfach spontan so sage, bei Inscope und bei Tim Gabel so, dass ich, Mode ist vielleicht jetzt nicht so das Passion-Projekt für die wie für ein Patrick, ein Justin oder sonst irgendwie, aber die haben trotzdem sehr hohe Überschneidungen mit dem Interessensgebiet Mode. So ich denke, dass vielleicht zum Beispiel für ein Tim natürlich Fitness eine viel größere Rolle spielt als Mode, aber dass Mode vielleicht zweit- oder dritt- oder viertrangig auch ein Interessensgebiet von dem ist. Während ich bei anderen, ohne jetzt irgendwie zu judgen oder so, und ich sehe es ja jetzt auch nur von außen, bei anderen vielleicht eher so wirkt, dass man sagt, okay, die interessieren sich eigentlich gar nicht für Klamotten, für Kleidungsstücke, für Mode, für Kunst in dieser Art und Weise und die denken sich, okay, ich kann eine schnelle Mark damit machen, dann bin ich nicht so der Fan von, wenn es nicht ein bisschen wenigstens passioniert ist, weil ich finde, jeder kann mitspielen, jeder kann mitmachen, solange jemand Leidenschaft, Bock auf das Thema hat, so immer super, super welcome, so. Super, super welcome. Um genau diese Frage zu beantworten, teste ich im heutigen Video, ähnlich wie bei meinen anderen Influencer-Markentest-Videos, vier verschiedene Modemarken. Zwei der wohl größten dieser Unternehmen sind, wie bereits angedeutet, die Modelinie Ola Cala von Inscope21 oder Peso Clothing von Justin. Darüber hinaus wird es um Amar Studios von Amar und Trimax gehen und um die Marke Crones von Knossi. Wie immer gilt bei dieser Art von Videos, erstens, das hier ist keine Produktplatzierung, damit ich unvoreingenommen an die Sache herangehen kann und zweitens, in diesem Video findet sich nur meine Meinung und ich will hier von niemandem Willen nicht den Ruf schädigen oder ähnliches. Freunde, falls ihr meine Videos feiert und mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ja, abonniert ihn, also Seltex, falls ihr das noch nicht getan habt, aber natürlich auch diesen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn wir da gerade dabei sind und folgt auch gerne ihm und mir bei Instagram. Also auch wenn ich nicht weiß, was er bei Instagram so treibt, aber G steht für gern, sagt man noch. Um mich zusätzlich zu supporten, könnt ihr für den Algorithmus ein paar Likes und Kommentare da lassen. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Richtig. Mit diesem Video möchte ich wirklich nur meine eigene Meinung zu den ganzen Modemarken abgeben und sagen, was ich nice finde, was ich nicht so geil finde und das war es dann aber auch. Deswegen nehmt bitte nichts persönlich und seid nicht so böse, wenn ich mal außersehen scheiße laba. Ich hoffe, ich tue es nicht, aber wir starten mal direkt. Als Kunde sind mir folgende Sachen sehr wichtig. Erstens natürlich der Preis, zweitens wird die ganzen Klamotten hergestellt werden. Und drittens, ich denke für die meisten das Wichtigste, Design und Fitting. Im Laufe des Videos werde ich auf alle Punkte bei den verschiedenen Modemarken eingehen. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur Anprobe. Ich habe by the way versucht, möglichst Basic-T-Shirts zu kaufen, denn bei der Anprobe war mir vor allem der Stoff und der Fit am wichtigsten. Zu den Designs kommen mir noch. Keine Sorge. Okay Freunde, ich habe vier verschiedene Pakete hier bestellt und habe hier noch ein T-Shirt von einer Marke rumhängen. Das heißt, wir testen insgesamt fünf Influencer-Marken, obwohl eins ist nicht richtig eine Influencer-Marke, nämlich 6PM. Aschraf ist ja kein Influencer, aber ja, wir haben hier einmal Armas Studios und wir haben hier einmal 6PM. Keine Originalverpackung, Leute. Nicht denken, dass es jetzt von 6PM das Paket ist. Von e-Mail Kleinanzeigen, weil ich den Job verpasst habe. Wir gehen jetzt mal direkt auf die Lieferzeit. Nehmen mich für Actually Crohn's als erstes da. Ein Tag früher als alle anderen. Ich würde sagen, vom Design her... Okay. Die Verpackung ist auf jeden Fall clean. Perfekt für ein T-Shirt eigentlich. Dies sind die Social Media Icons, die Website, Brand. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe gesehen bzw. recherchiert. Knossi hat es ja mit einem Typen zusammen gemacht, der sehr viel High Fashion produziert. Größe genau. Das ist der Justef X Knossi. Hier ist noch so das Papier, was normalerweise in den Schuhkartons drin ist. Crohn's Logo. Sein Papier auch genannt. Crohn's Sticker. Das Video ist ja sehr subjektiv. Das heißt, ich kann nur von meiner eigenen Meinung reden. Was ich zum Beispiel schlecht finde, könnt ihr natürlich richtig geil finden. Aber ich kann von meiner Seite aus sagen, das ist es nicht. Für mich ist es nichts. Ich finde, das sieht aus wie so ein 2017er-Less-T-Shirt. Ja, muss schon sagen, so ein bisschen out of Trend. So Stripes. Habe ich wirklich vor vier, fünf Jahren übelst gefühlt. Hatte auch ein paar Pieces. Hier vorne ist ein ganz normales Crohn's Logo. Ja, Design ist wirklich... Ja... Nicht meins. Ähm, hätte die Schulterstripes weggelassen, wäre es vielleicht wahrscheinlich ein einfacheres oder ein schlichteres Basic-T-Shirt, wo man nicht so viel zu sagen hätte können. Logo über die Brust und dann, ich weiß nicht, was da drüber steht. Aber so, das wäre... Ja. Aber ja, ist nicht so weit. Also vom Stoff her, ich fahre ja persönlich T-Shirts, Hoodies mit mehr Gewicht, mehr. Ja, solides Gewicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass das T-Shirt ein bisschen schwerer ist. Aber an sich glaube ich keine schlechte Qualität. Mögt ihr auch unbedingt T-Shirts, die viel, viel schwerer sind? Weil ich zum Beispiel, ich habe... Also ich mag... Klar, ich mag T-Shirts, die schwer sind. Aber ich mag auch sehr, wenn die super leicht sind. Ich habe so, äh, schon, boah, Ewigkeiten, bestimmt fünf Jahre, ähm, so Seiden-T-Shirts. Ja, die sind teilweise auch Seiden zumindestens. Von Alexander, ähm, Alexander Wang. Also T-Bei Alexander Wang, die gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, und ich liebe diese T-Shirts. So, ich liebe diese T-Shirts. Aber ich trage dann auch Uniqlo-T-Shirts, die nicht schwer sind. Und, ähm, ich bin da. Also, keine Ahnung. Ich finde immer von... Es kommt drauf an, was ein Outfit oder in welchem Mood ich bin, dass ich welches T-Shirt ich und welchen Stoff ich haben möchte. Wir gehen mal zum Fit, oder? Mir fällt schon ein paar Sachen auf. Ja, mir auch. Was denn? Durchsichtig. Ist das durchsichtig? Ja, echt, ja. Ist das echt durchsichtig? Ja, ein bisschen. Sieht ihr meine Nippel? Siehst den Unterschied zwischen... Wirklich, aber man sieht so ein bisschen deine Haut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist die andere Frage. Ich feiere es persönlich nicht so. Vom Fitting her, es ist schon auf jeden Fall ein bisschen enger und liegender. Ein bisschen Dropshoulder. Die Ärmel sind lang. Das ist ganz gut. Ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen lockerer gewünscht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich S genommen habe. Vielleicht wäre es in M ein bisschen weiter so. Versteht ihr? Passt eigentlich wie angegossen. Aber irgendwie nicht so mein Ding, ne? Kann besser sein. Das Ding ist, dass jetzt ja von Knossi die Marke... Ich habe auch nichts, nichts mit dem am Hut, so. Also ich gucke seinen Content nicht. Deswegen weiß ich nicht mal, ich weiß nicht mal, wie er sich anzieht. So, deswegen kann ich nicht mal bewerten, ob das vielleicht zum Beispiel so ein Fit ist oder so ein Design ist, was zu seiner Person passt. So, ich kann dazu nicht so viel sagen. Ist aber okay. Auf jeden Fall. Besser als ein H&M-T-Shirt oder so. Wenn wir Crowns jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, sehen wir, dass das Material hier aus 90% Baumwolle und 10% Polyester besteht. Ich glaube, die meisten Streetwear-Brands benutzen 100% Baumwolle. Designed in Germany, made in Portugal. Was ich cool finde, dass die meisten Streetwear-Brands in Portugal oder in Türkei produzieren. Wir wissen es natürlich nicht zu 100%, aber ich denke, dementsprechend wird da alles fair ablaufen und keiner wird da ausgebeutet oder so. T-Shirts kosten 45, Hoodies 80. Sind eigentlich Standardpreise, oder? Für Streetwear. Da kosten T-Shirts meistens immer so 50 Euro mit Versand halt. Von den Designs her habe ich ja vorhin schon angeschnitten. Wenn ich halt sowas sehe, dann gibt mir das irgendwie das Gefühl, dass das nicht mit Liebe gemacht wurde, wisst ihr? Also einfach so Masse irgendwie und so Standard wie möglich, dass es für jeden passt. Ich sehe da irgendwie keine Leidenschaft drin. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen finde ich dann Crowns doch eher schlecht. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Okay, Freunde, wir machen direkt weiter mit dem Pierso-T-Shirt. Ja, also schwierig. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, zu Crowns kann ich nichts sagen. Ich weiß jetzt, dass es natürlich ein Team von zwei sind. Und so, aber ob der Kreative dahinter sagt, okay, das ist vielleicht eher der Style von Knossi und deswegen machen wir die Sachen so und so und so. Oder ich weiß es nicht. I don't know, was der Ansatz dahinter ist. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe nämlich noch nie Peso-Raws getragen. Sieht doch fein aus. Aber guck mal, ich sage euch ehrlich. Ach, by the way, ich trage sogar, eigentlich, also wirklich zufällig, ich trage sogar gerade ein Peso-Raw-T-Shirt hier drunter. Das ist einfach, das ist das schwarze Peso-Raw-T-Shirt. Schon in der Hand habe. Es ist viel schwerer als das T-Shirt jetzt hier. Man merkt einfach vom Stoff her, das ist krass. Warte mal, ich mache das mal ab. Ich habe, by the way, gestern, zum Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, gestern kam der Trailer von Peso-Raws 3 auf YouTube. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Aber das ist jetzt nicht das neue Peso-Raws, sondern das ist was zu unserer Zeit am aktuellsten ist. Ist hier noch irgendwas? Ja doch, hier ein kleines Detail. Haben wir hier das Peso-Logo. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wir kommen zum Fitting. Das T-Shirt ist länger. Ich kann ja nichts dafür, dass ich 1,70 bin. Es ist leider die kleinste Größe hier bei Peso. Aber das passt auf jeden Fall noch. Ich mag es ja, mehr Oversize. Wir haben hier dick lange Ärmel, komplette Dropshoulder und man merkt so richtig, das Fitting ist viel entspannter, viel lockerer, viel mehr Streetwear. Ich sage euch ehrlich, ich hatte ja noch nie irgendwas von Peso-Raws an. Sowas feiere ich übelst. Viele Leute feiern das vielleicht gar nicht, dass die Ärmel so lang sind oder so. Aber ich persönlich mag das sehr, wenn es alles so locker und offen ist. Und Qualität ist wirklich top. Zufälligerweise hat Justin heute Peso-Raws 3 gedroppt, wo ich das gerade aufnehme. Ich habe ja das T-Shirt von der Season davor getestet und ich sehe hier, ich glaube, es ist sogar jetzt noch schwerer als das T-Shirt, was ich anprobiert habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht, dass mein T-Shirt 300 GSM war. Ach, ich hätte super gerne ein T-Shirt von der Season gekauft. Bin ich ehrlich zu euch, um einfach das Neueste zu testen. Jetzt bin ich irgendwie doch out to date. Ah, ich sehe hier auch gerade, die T-Shirts sind teurer geworden um 10 Euro. Das ist das Cream Tea, was... Die ist jetzt nicht so... Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ich habe auch die Älteren. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich sage ehrlich, privat, ist T-Shirts für mich wie bei Hoodies so. Ich trage hauptsächlich die Basics T-Shirts von... Also eigentlich trage ich nur die Basics T-Shirts von Peso oder von Uniqlo oder Alexander Wang. Ansonsten habe ich... Ja, ich habe noch einen Long Sleeve von Rick. Aber sonst trage ich da nicht so viel. Und dann T-Shirts grundsätzlich mit Print und so, da trage ich meistens rough. Wirklich meistens, meistens, meistens rough. Was ich anprobiert habe. Und es kostet 45. Das hier kostet mehr. Vielleicht, weil es halt eben auch schwerer ist und wahrscheinlich auch von der Qualität besser ist. Oh Mann, sorry Leute, dass ich das jetzt nicht getestet habe. Wird wahrscheinlich noch geisteskrankere Qualität sein als davor. Justin produziert, glaube ich, seine Sachen in der Türkei, in Istanbul, meine ich. Zu den Designs von Raw kann ich natürlich nicht viel sagen. Ist natürlich Standard. Aber von den vergangenen Drops her, muss ich sagen, es gibt echt viele Designs, die ich geisteskrank fand. Zum Beispiel diesen Zippo, die feiere ich übertrieben. Ich finde zum Beispiel, guck mal, bei Design wird ja oft nur der Print gesagt. Aber zum Beispiel bei den Raws ist es einfach richtig nice, so wie die eng anliegend am Hals sind. Auch hier vom Hals her, so finde ich das nice. Ich finde auch die Länge super. Ich finde das von den Ärmeln. Das ist ja alles auch ein Punkt von Design. Ist auch eine Form von Design. Ich hatte ja gestern zum Beispiel auch ein Lowlight-T-Shirt, an, was sehr cropped war. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Design. Ich sage jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Diesem Teppichaufstieg. Ich habe auch ein paar Pieces. Ein Project World Wide Hoodie von Heads & Tails habe ich auch was. Es gibt natürlich auch Kollektionen, die mir nicht so zusagen, aber es gehört, denke ich, dazu. All in all finde ich Peso auf jeden Fall schon sehr gut. Amar Studios. Auch in Beige, ne? Sogar ein bisschen mehr Beige. Ich glaube, Amar Studios, soweit ich mich erinnern kann, hat auch diese ganze Kontroverse eigentlich gestartet. Zuvor hatten wir ja oft auch die Diskussion, okay, haben wir jetzt genug Modemarken und so weiter und so fort. Aber es gab noch nicht die Diskussion, dass man gesagt hat, okay, jetzt kommt jemand in dieses Geschäftsfeld oder in diese Szene, in diese Bubble, der nicht aus dieser Bubble war. Vorher hatten wir halt nur gesehen, dass halt entweder Leute, die mit diesem Kosmos zu tun hatten, eine Modemarken gestartet haben, wo man gesagt hat, okay, jetzt noch eine Modemarken. Und dann war so, oh mein Gott, jeder aus der Szene oder aus dem Kosmos selbst hat dann gesagt, okay, alles cool, dass jeder hier von uns eine Modemarken hat, aber ihr, ihr seid nicht einer von uns. Versteht ihr, was ich meine? So, das war so der allgemeine Konsens aus der Szene. Und danach hat es sich dann halt, glaube ich, nur gesteigert, weil dann Crones und noch andere Marken dazu kamen. Ich glaube, so zum Beispiel so ein Tim Gabel und so, die wurden alle direkt herzlich aufgenommen, so insgesamt. Aber das fand ich so, ich habe das ja von außen beobachtet. Ich habe da auch kein Video zu gemacht, weil, wie gesagt, ihr wisst, ich bin da eher wie die Schweiz, weil solange jemand das irgendwie passioniert macht oder das machen möchte, so go for it, so. Ich bin kein Fan von Vincent Money Grab ist. Bei einigen Marken merkt man schon ein bisschen, dass es eher ein Money Grab ist, als dass es eine passionierte Sache ist. Aber hey, do you. So, ich supporte das nicht, aber do you. Beige als Peso, aber krass, auch sehr, sehr schwer. Das ist schwerer als das von Peso. Also hier haben wir auf jeden Fall mehr Aufdruck, gestickt. Und hier hinten ist, glaube ich, auch, ja, alles gestickt. Hier ist kein Druck drauf, aber ich muss sagen, ich bin vom ersten Blick her überrascht. Wir kommen direkt zum Fit. Ist auch ähnlich lang wie das von Peso. Dropshoulders natürlich. Ich finde, dass der Kragen tendenziell ein bisschen zu hoch geht oder zu lang ist, aber ja. Sieht geil aus, weites T-Shirt, gefällt mir, aber der Kragen gefällt mir nicht so. Natürlich noch nicht so ganz. Ja, siehst du, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ganz wie bei einem Rollkragenpullover, aber versteht ihr, was ich meine? Ich spüre den Stick. Ja, also diesen Stick am Rücken merkt man schon, wenn man läuft. Muss man halt unter and anziehen, genauso wie beim Knossiding. Mich persönlich wird es in seiner Zeit echt stören. Und ich persönlich finde das zum Beispiel von Peso besser als hier so. Ich glaube, wenn man ein definitäres Gesicht hat, dann feiert man das vielleicht mehr. Aber ich habe so ein Kartoffelgesicht. Nee, aber wie gesagt, von der Qualität her bin ich sehr, sehr überrascht. Wenn man das allein schon fühlt, merkt man, dass es einfach ein guter Stoff ist. Und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Wir kommen mal zu AMA Studios. Ich glaube, die haben neue Sachen rausgebracht. Das T-Shirt, was ich anprobiert habe, war eigentlich vor einer Woche noch auf der Website. Haben die neu gedroppt? Ich weiß es nicht. Aber wir sehen hier neue Designs auf jeden Fall. Und ich kann jetzt schon sagen, das Design davor fand ich sogar besser, obwohl das mir nicht mal so... Das Ding ist, für mich wird so grundsätzlich so die Sachen... Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das einen großen Unterschied macht zwischen dem Stoff, den die jetzt machen und Merchstoff, den es zu einer gewissen Zeit gab. Nicht dieser Back, Back in the Days, wo immer das Gesicht von dem Influencer oder dem Künstler oder, 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 oder drauf sein muss, sondern danach, da war ja auch immer ein bisschen mit einem coolen Spruch und einem Basic gehalten. Und jetzt macht es so für mich jetzt auch nicht so den großen Unterschied. So, das ist das Einzige, was ich sagen würde, dass man vielleicht in der Kategorie vielleicht noch an seiner Modemarke arbeiten sollte. ...so zugesagt hat. Es ist noch schlichter geworden, gefühlt. Wir haben hier das Standard-Logo drauf und hinten zwei Kreuze. Deutsche Off-Ride. 100% Baumwolle. Deutsche Off-Ride. So frech. So frech. Aber, ja, es halt, ähm, wirkt halt nicht, ähm, ja, sind halt zwei Kreuze, so. Ich, I don't know. Was soll man dazu sagen? 300 GSM. Okay, das ist gestickt. Cool. Auch made in Portugal. Aber für meinen Geschmack ist das auch wieder ähnlich wie bei Knossi. Zu Standard irgendwie. Ich verstehe es irgendwie nicht. Wenn man so schon die Option hat, dieses Privileg, eine Modemarke zu machen, warum man sich dann nicht so kreativ auslebt und irgendwie das in Klamotten rüberbringt, was man cool findet, so irgendwie. Aber es ist natürlich nur meine Meinung, wenn man findet, dass so simple Sachen cooler sind, dann go for it. Okay, liebe Freunde. Die Frage ist natürlich, ob man sagt, okay, ich möchte simplere Sachen machen, weil ich glaube, simplere Sachen sind cool. Oder ob man sagt, okay, ich droppe explizit oder ich droppe deswegen was Simples, damit es mehr kaufen. So, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und das ist dann vielleicht auch schwierig, schwierig, wenn man sagt, okay, ich, ähm, wenn man ein Auge auf das Wirtschaftliche hat, ist es wichtig, aber wenn das Wirtschaftliche das Hauptaugenmerk ist, finde ich sehr schwierig, wenn man Mode machen möchte oder eine Modemarke machen möchte. Wir machen weiter mit Ola Calar. Davon habe ich schon ein T-Shirt. Ist natürlich jetzt nicht basic oder so, aber ich habe es vom Design her sehr gefeiert. Ich habe auch mehrere Ola Calar Pieces. Das ist sogar relativ neu rausgekommen. Deswegen, ja, denke ich mal, dass der Stoff so bleibt. Denn der Stoff ist ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn man hier anfasst, ist es ähnlich wie bei Amaz Studios. Auch sehr dick, sehr schwer. Wurde hier auch schon sehr oft gewaschen. Und trotzdem bleibt die Qualität sehr top. Also, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan davon, ähm, weil, ähm, das ist ja, keine Ahnung, war, also war auch nicht so das Piece. Ach, ihr seht es auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr die anderen Sachen gesehen habt. War jetzt auch nicht unbedingt das Piece, so, was ich von Ola Calar feiere. So. Die haben auf jeden Fall schon bessere Produkte, aber es ist halt auch vielleicht ein T-Shirt, wo die sagen, okay, damit finanzieren wir auch vielleicht die Kollektionen teilweise mit oder sonst irgendwie. I don't know. Ähm, ist eine der schwächeren Sachen von denen. Das ist der Fit. Ich muss dazu auch sagen, dass ich mittlerweile auf jeden Fall eine Größe größer kaufen würde. Das ist mir jetzt irgendwie, zwar nicht zu klein, aber ich würde es gern mehr lockerer haben. Aber... Ich kann natürlich auch einfach sagen, dass sie, wie gesagt, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir machen noch ein Logo-T, die, äh, ist doch deren, also ist jetzt nicht deren Logo, aber ich glaube, das Logo für die Kollektion oder beziehungsweise das Kollektionsthema. Kann man auch so machen. Hier sind auch Drop-Shoulders und dadurch, dass es S ist, ist es halt hier ein bisschen enger, was ich nicht so feiere. Das ist halt immer auch bei mir das persönliche Problem, ob ich jetzt S oder M nehmen soll, weil bei den ganzen verschiedenen Streetwear-Brands ist es irgendwie komplett anders und auch gefühlt von Drop-to-Drop sind die Größen auch irgendwie voll anders. Aber das ist auf jeden Fall ein stabiles T-Shirt. Quick-View zu Ola Calar. Wir sehen hier schon die neue Kollektion, die, glaube ich, da haben wir ja auch gesehen, die haben uns auch geguckt und, äh, die Lederjacke an sich ist ja cool so. Ich bevorzuge einfach Echtleder und anstatt Kunstleder, das finde ich nicht so nice. Und, ähm, das ist, ich habe auch das Gefühl, dass Ola Calar insgesamt einfach ein bisschen für Half-Sip steht, weil die auch immer ein Half-Sip haben. Eine andere Marke, die ständig Half-Sips hat oder die oft Half-Sips hat, ist halt, ähm, Victor Braun Studios. Das sind so die einzigen zwei, die mir, die auffällig sind, dass die das öfters haben. Und die, äh, Women's Wear, ähm, ja, äh, die, die, das Women's Set war auch sehr, sehr stark von denen. Äh, das Dunkle. Wo ich am Sonntag rauskomme, es sind echt viele Pieces, krass. Reize Standard bei 45 Euro, 100% Baumwolle, was ich nirgendwo bei Ola Calar sehen konnte, wo die produzieren. Das kann man leider auf der Website nicht sehen. Von Ola Calar habe ich auf jeden Fall auch sehr viele Pieces. Die Designs sprechen mich eigentlich echt oft an und ich komme da eigentlich regelmäßig. Ich denke sogar fast bei jeder Kollektion. Wegen, obviously, Ola Calar für mich sehr gut. Liebe Freunde, wir kommen zum letzten Piece, was jetzt nicht unbedingt eine Influencer-Modemark ist, aber ich habe es ja vorhin gesagt. Ich habe sehr lange nichts mehr was von 6PM bestellt und das T-Shirt persönlich feiere ich auch sehr. Wir haben hier ein 6PM XO-Z-T-Shirt. Sehr geil. Äh, ist halt mit dem Teddy-Logo-Print so. Äh, ist ein cooles T-Shirt, kann man machen. Ähm, ist Teddy-Stoff drauf. Bunt gehalten. Ja. Kann man auch nicht so viel zu sagen. Ist einer der schwächsten T-Shirts. Wir haben ja jetzt hier den direkten Vergleich und ich muss sagen, auf jeden Fall dünnerer Stoff, aber heißt ja nicht unbedingt gleich... Ja, so. Ist halt ein Teddy-Stoff, ne, was halt auch nice ist, auf dem T-Shirt so. Ich glaube, ähm, bei einer Kollektion davor hat er auch, äh, äh, etwas, ein spezielles Material. Man muss auch überlegen, dass halt eine 6PM OC-Kollektion, ich glaube, dass der Aschrift das grundsätzlich nochmal ein bisschen anders handhabt, als, äh, nur 6PM-Kollektion. vielleicht schlechtere Qualität. Was passiert? Oh, geil. Oh, geil. Vom Fitting her finde ich das, glaube ich, mit am besten. Kragen ist nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu eng, nicht zu weit. Irgendwie von den Dropschulers her irgendwie perfekt. Versteht ihr? Also, ich fühle mich sehr wohl darin. Einzige, was jetzt stören könnte, ich laufe mal ein bisschen rum, ja, es kratzt ein bisschen. Gerade bei solchen Stick-T-Shirts muss man schon darauf achten, dass man vielleicht ein Unterhemd anzieht. Cooles T-Shirt auf jeden Fall. Das ist alles cooles T-Shirt. So, wir haben hier mein 6PM-OZ-T-Shirt, 100% Baumwolle, 200 GSM. Ich muss sagen, das merkt man auch im Vergleich zu den anderen T-Shirts, dass es auf jeden Fall leichter ist. Und 60 Euro kostet ein T-Shirt. Ich habe auch mal nachgeguckt, alle T-Shirts kosten eigentlich 60 Euro. Also, schon ein bisschen teurer als die anderen, äh, Streetwear Brands. Ich weiß nicht, wie der hohe Preis zustande kommt. Ich meine mal, 6PM kann sich sowas erlauben. Deswegen, ähm, setzen die halt höher an. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich oft wegen dem höheren Preis doch kein T-Shirt gekauft habe, obwohl ich die Designs, äh, sehr... Findet ihr zum Beispiel, dass 60 Euro ein hoher Preis für ein T-Shirt ist? Feiere. Aber ich dachte mir dann so, hm, 60 Euro für ein T-Shirt oder fast 100 Euro für ein Hoodie ist mir dann doch zu viel. Deswegen habe ich oft dann Nein gesagt. Aber no joke, Designs von 6PM sind auch geisteskrank, finde ich. Vor allem Love Hurts habe ich sehr gefeiert. Dieses T-Shirt zum Beispiel. Same. Ich habe das T-Shirt auch sehr hart gefeiert. Das T-Shirt habe ich wirklich sehr gefeiert. Aber ja. Schreibt gerne in die Kommentare. So, das war das Video von Celltex, welche Influencer und Modemarke schlecht sind. Er hat jetzt kein Resümee gemacht, Aber, ja. Idee ist, was Idee ist. War ein cooles Video. Und, ähm, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, abonniert ihn. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auch.